Hallo, hallo, hallo. Ich muss ein bisschen näher ran treten. Von der Burg Scharfenstein. Bin heute Frühjahr angekommen bei wunderschönstem geilen Wetter. Und mache heute mal meine erste Radtour. Entlang der Schufall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich bin schon an der reststelle angekommen bitte eine bank mal kurz was trinken und hier unten ist das kleine örtchen ich sehe es gar nicht warmbad wiesenbad ich bin schon an der ich bin schon an der ich bin schon an der Das war's für heute. vorbei. Keine Chance hier. Eine Herde hier. Vorsicht. Hier ist er. Viel Spaß noch. Danke. Vielen Dank. Hallo. Ich bin froh, dass ich den Berg auch glömt habe. Ich kann schon nicht wieder zurückfahren. Macht Feierabend. Viel zu schade, das schöne Wetter zum Arbeiten. Ganz oben angekommen. Und zeißig Felsen. Ein wunderschöner Ausblick hier. Und jetzt habe ich immer noch knapp 15 Kilometer, 13 Kilometer noch vor mir. Ich muss also wieder mal aufbrechen und ins Horn schließen. Oh ja. Oh ja. Just show it all. Show it all away. Oh ja. Show it all, show it all the way Show it all the way Show it all, show it all, show it all Show it all, show it all, show it all Show it all, show it all, show it all In der Wolkensteiner Schweiz, da gibt es massig viele solche Ausguckfelsen, die wir eben gerade gesehen haben. Aber auch ein paar Unbekannte, die ich jetzt gerade gesichtet habe und da geht es jetzt gleich mal hin. Guck mal, hier ist schon immer. Jetzt geht es wieder hoch zu zum Radel. Hoch und runter, rieber und niver, eine ganz schöne Tour bis jetzt. Zehn Kilometer habe ich noch. Aber ich hoffe mal, alles mehr oder weniger. We're going up. Akku hat es ja eben gerade einen Geistlauf gegeben, aber ich bin auf der Bergkuppe angelangt. Das sind jetzt nur noch ein paar Meter, Rest geht es, hoffe ich meine, nur noch abwärts. Das ist jetzt nur noch ein paar Meter. 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 Vielen Dank.